Es geht jetzt nicht nach oben, oder? Scheiße, das war das falsche Level. Wir müssen es links unten machen, um weiter zu kommen. Oder, da gibt es ja noch einen geheimen Ausgang. Keine Ahnung welches das richtige ist. Wo ist der geheimen Ausgang, weißt du das? Nein. Warum nicht? Darum. Dann haben wir ein kleines Problem. Oder wir müssen rumsuchen. Wow, das war das Geld. Huiiii. Da war ein Pilz. Huiiii. Ob es da noch mehr Drogen gibt? Huiiii. Jaaa. Das war Glück. Ah. Ich treffe genau die Stelle, wo es keine Fragezeichen gibt. Das ist auch cool. Das muss man auch erstmal können. Ähm, was machst du eigentlich? Warum gehst du nicht weiter? Weil ich versuche, nicht zu glauben. Mit dem Kontrolldecke dazukommen. Mittelpunkt. Ah. Birg. Ja. Nein. Hahaha. Oh man. Das war nicht klug, Anna. Das war nicht klug. Bin ich denn klug? Aber du hast einen Mittelpunkt erreicht. Das ist doch schon mal was. Jetzt such mal mit mir hier den geheimen Ausgang. Ich hab keine Ahnung wo der ist. Ich glaub der ist in den Bäumen. In den Bäumen. Ja. Ich wage mich so leicht zu erinnern, dass er in den Bäumen ist. Ich wage es zu bezweifeln. Gut, der explodiert gleich. Ich hol mir jetzt aber ein paar Leben. Nein, 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 nein. 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 Wieso hab ich immer so viel Pesch hier drinnen? Pssst. Ich verstehe es nicht. Das ist ein Witz. Jetzt verarscht ich mich das Spiel. So, wo ist der geheimen Ausgang? Keine Ahnung. Ich brauch den aber. Was mach ich das Level nochmal? Es hat gar nichts gebracht. Hilfe. Pfff. 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 Gefährlich. Pfff. Ich guck einfach mal in alle Röhren. Ja, es gibt ein Hinweis darauf, das der da… Normalerweise ist das auch zu erwarten von den Programmierern. Es lag bei mir total. Das Spiel? Ja. Oder was anderes. Nein. Nein! Das Spiel diesmal nur... Schade! Schade? Ne, ne, gut. Was willst du hören? Guck mal. Ich will einfach nur sehen, wie du da nicht mehr failst. Hier ist das Ziel wieder. Irgendwie... Alter, leck das. Miam, miam, miam. Ne, irgendwie müssen wir uns da schlau machen. Schlau machen? Wie soll das denn gehen? Ja, cheat'n und so. Im Internet gucken. Ach so, cheat'n. Ah, cheat'n. Ja, stirbt ihr noch einmal, dann machen wir mal einen Schnitt und linsen mal. Bei Google. Oder sonst wo. Ich habe ihn getötet. Ist das schlimm? Hm. Ich glaube, seine Verwandten werden ihr das nachsehen. Er sah nicht sehr sympathisch aus. Ähm, okay. Interessante Taktik. Ich weiß so nicht, was die irgendwo bewirken sollte. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Mach den Drehsprung, dann kannst du auf die hüpfen. Der Drehsprung ist die Waffe zum Sieg. Ne? Hilfe! Ich werde mich schmissen mit stacheligen Dingern des Todes. Okay, wir machen mal kurz ein Päuschen. Bis gleich. So, wir wissen jetzt, wie es geht. Ziemlich dumm war das. Wer ist da dran? Ich bin dran. War das das richtige Level jetzt? Ja. Es war Illusion 3 und nicht 4. Okay. Ja, genau. Ähm, das Rätsel ist ganz simpel. Und zwar war ich schon auf so einer Röhre drauf, aber ich bin runtergefallen, statt rein zu gucken. Also diese hier ist es nicht. Nein. Sondern erst kurz vorm Schluss. Und da gibt's dann einfach... Ich glaube, dafür muss ich sogar groß sein. Ich habe jetzt vergessen. Vielleicht brauche ich auch einen Yoshi. Ich behalte immer sicherheitshalber Yoshi. Da muss ich aber aufpassen. Was bringen Yoshi eigentlich diese Äpfel? Ähm, die grünen oder manchmal irgendwelche bringen dann Zeit. Es ist bei langen Leveln vor allem... Scheiße. Von Vorteil. Das ist bei langen Leveln schon heiße. Nein, von Vorteil ist das. Ähm, hier bin ich schon tausend mal in dieselbe Falle gerannt. Jetzt passe ich da mal auf. So. Egal. Fail. Noch besser. Das kommt davon, wenn man die Musik mit summt. Du hast die Musik mit gesummt. Nein, ich habe gepfiffen und du hast gesummt. Jetzt sind wir irgendwie wieder schlecht. Hängt es? Ich habe mal die Aufnahme gestopft. Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Wieso muss das passieren? Wir dürfen irgendwie nicht minimieren. So, es geht weiter. Wo gehst du denn hin? Oh, ich hab's nur ausprobiert, ob auch alles funktioniert. Sehr schön. Dann mach jetzt mal... ...richtig und... ...und geh jetzt auf Risiko. Nicht wieder reinspringen. Und hier... Oh. Hast du ein Schwein, dass hier keine Löcher gab? Ja. Der Sarg ist noch extra. Ich wollte unbedingt ins Loch rein. Du bist einfach zu versaut. Du bist einfach zu versaut. Versenkt. So, jetzt muss ich hier... Ja, versenkt und versaut. So. Machen wir das eben schön sachte. Hilfe, sie kommen von hinten. Das ist voll brutal. Ich weiß. Ich mein, du... ...du tötest die einfach so. Die haben sich anders verdient, die wollen das so. Die bösen Schergen von Bowser. Nein, die werden nur von Bowser ausgenutzt. Sie sind seine Sklaven. Wenn sie nicht... Wenn sie das nicht tun... ...dann werden ihre ganzen Familien ausgelöscht. Ja, es geschieht ihnen auch recht. Wenn sie sich... Was? Nein! Hilfe. Ich hab Angst. Wieso lebe ich noch? Ich weiß es nicht, ich verstehe es auch nicht. Ja, hier rein, hier rein. Wie hast du das gemacht? Hier ist es richtig, aber kann ich... Nee, ich muss groß sein, ich wusste es. Ich muss groß sein. Ich hab's geahnt. Ohne Yoshi, oder Yoshi? Ja, ohne Yoshi immerhin. Nee, das ist... Also der Yoshi. Also du musst entweder groß sein, oder du brauchst Yoshi. Weil mit Yoshi kannst du durch die Mauer da mit der Zunge und holt dann den Schlüssel raus. Ganz genau. Du bist... Ähm, wie wärs immer jetzt, wenn du das Level schaffst? Ich wäre mal dafür. Nee, keine Lust. Oh man. Das ist lustig, ich weiß nicht. Das ist ein bisschen traurig. Nein, das ist lustig. Das ist traurig, ich weiß. So. Uh. Hol dir das Leben! Leben? Äh, ich mein, das, äh, das... Die Drogen. Das ist dein neues Leben. Dein Fantasieleben in der Fantasiewelt der fantastischen Vieh. Ähm, okay. Wenn du das sagst, dann hoffe ich mal, dass ich groß bleib. Bleib groß und wehe, wenn du nicht groß bleibst. Ja, soweit war ich eben auch und dann ging alles gut. Sehr schön. Und wenn ich jetzt hier nicht reinkomme und doch nicht euch gebrauche. Rein stecken. Und yeah, es geht weiter. Und ich hänge hier noch fest. Noch tiefer rein ins Innere. Ins Inselinnere. Du musst das Level auch eigentlich gar nicht machen. Kommt doch. Wenn du nicht willst, dann das ist die. Ich würde dazu tendieren. Obwohl, wir wollten ja 100% machen, ne? Ja. Jetzt doch plötzlich. Ähm, soll ich das machen, das Level oben? Oh, viel Spaß mit dem Level, das wird schön. Ich meine, soll ich dein Level machen, oder soll ich? So, ja, mach mein Level. Ich glaube, am Ende habe ich eh so gut wie alle gemacht. Gut, dass es da nicht steht, so wie bei Donkey Kong. Oh Gott. Oder bei Mario Brothers 3, da steht es auch drin. So knapp. Wieso fliegt eigentlich immer seine Mütze so? Ja, das habe ich mich schon mal gefragt. Liegt sie irgendwo, keine Ahnung, hat sie sich festgetackert und wenn halt die Schwerkraft hier so in Anspruch nimmt, dann fliegt sie halt ein wenig nach oben. Verstehst du? Nein. Das habe ich auch nicht erwartet. Das ist so kompliziert und komplex. Das können nur... Genau wie meine Gedanken. Ähm, okay. Wenn du das sagst. Meine geistig-moralischen Mechanismen sind mysteriös und komplex. Ähm, wie ging das Ende dieses Levels nochmal? War das der richtige Ausgang jetzt? Oder hatten wir den schon? Ja, hoffe ich mal. Das hoffe ich mal für dich. Ich weiß es gar nicht jetzt. Ich wusste auch nicht, dass ich jetzt ins... Hm. Das war der falsche. Ja, wo ist der Geheime? Das ist die Frage. Keine Ahnung. Ja, dann mach du mal Schluss. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Scheiß schwer. Ich weiß, ich hasse das. Ich hasse das. Das ist gut service. Ähm. I hate this. This level. Ich guck mal, ob ich den Geheimausgang finde irgendwo. Ich glaube ich weiß, wo der Geheimausgang ist. Dann sag es mir doch. Der ist beim... Ich hab Angst. Ah. 300 Sekunden. Weiß ich. Hm. Ich glaub das wird 100 Jahre nix. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Du läufst auf einer Schlange. Diese Schlange macht mir Angst und Bange. Und ich reibe gerne vor mir hin. Angst. Okay, jetzt kommt die gemeine Stelle. Jetzt kommt die... Hättest du ein bisschen weiter nach hinten gemacht? Genau. Hätte ich das hinten irgendwo... Hinten ist oft... Hinten ist gut. Ja. Und du was sagst. Ey, wieso? Diesmal... Beim letzten Mal war das nicht so. Auf den Kopf. Ja, und du brauchst gleich Leben. Jupp. Ey, was machst du da? Ich will mein Leben selbst holen. Ich bin selbstständig. Ich bin eine selbstständige... Frau. Jetzt nicht. Nicht, wenn du mit mir spielst. Doch. Doch, ich bin selbstständig. Ah, das ist so ein langer Weg. Mann, Trost. Ja, mach doch irgendwie super... Äh, die Star World 2. Da gibts doch viel mehr Leben. Mit dem Stern. Nee, das ist ja langweilig. Ich will was langweiligeres. Okay. Das... Gibt keinen Sinn. Irgendwie. Ja, etwas einfacheres. Etwas, wo man sich nicht anstrengen muss. Ähm... Das... Pff. Pff. Mein Lieblingslevel. Oh ja. Ich glaub's dir. Ich glaub unsere Zuschauer können auch nicht mehr davon... ertragen. Vor Freude. Jaaaaay. Wir lieben das Level alle auch. Wir verstehen sie so gut. Hier gibts auch ein rotes Level noch. Und da können wir dann nach links zur Star World glaub ich. Das müssen wir auch irgendwann mal machen. Irgendwann. Irgendwo. O.